der eine oder andere mag es schon gesehen haben am ende der letzten folge kam genau eine karawane an und zwar müssten das die zwerge sein sehr schön das heißt wir stellen mal ganz kurz das soweit ein dass auch genug zum handeln da ist was übrigens noch eine sache ist was micromanagement betrifft die wir recht bald mal angehen sollten und zwar die stockpiles hier oben so einrichten dass wirklich nur die sachen drin sind die auch gehandelt werden müssen und nicht die socken und krücken und was weiß alles noch rum kreucht und fleucht aber jetzt erstmal handeln wir würden gerne so kraft hinschicken extrem clicking das müsste reichen wir haben nicht so viel zeug das haben wir so geregelt gerogon soll dahin laufen sachen sind zum handeln da tür ist offen brücke ist oben alles gut soweit sehr schön wie eigentlich die brücke schon mit dem schalter verbunden das sollten wir erst testen wenn die karawane durch ist muss ich aber nicht vergessen weil es relativ wichtig dass die brücke da mal funktioniert und das werden auch hier und da und da und da das überall so einrichten dass das ganze sich ein bisschen sicherer wird außerdem wollte ich auch noch entweder für gerogon ähnlich den raum einrichten wie für vorlaub und kiro wo war sein raum da müsste hier gewesen sein genau dass er halt hier auch noch ein paar extra lager für sein essen und sein trinken hat am besten auch in seiner speisekammer seine speisekammer ist das was so vollgestellt ist mit statuen naja okay also dann nicht hier vielleicht ein kleines stockpile mit seinem trinken und zwar auch so eingestellt dass nur das allerbeste essen und das allerbeste trinken da reinkommt dass er halt immer glücklich ist aber das können später machen außerdem wollte ich auch noch dies stein stockpiles mal einrichten also ich hier in der etage war das glaube ich geplant und dementsprechend jedem sie die stockpiles rausnehmen auch die workshops rausnehmen und die workshops neue aufbauen je nachdem mit der farbe von dem was sie verarbeiten sollen also wir haben den kraft wars workshop die zum beispiel hier so gelblich sind aus demselben material gebaut das heißt die sehen dann auch später gelblich aus und die sollen dann nur von dem stockpile nehmen wo die gelben steine drin sind damit sie dann kinkalitzen daraus herstellen genauso mit den roten ist ja eigentlich für töpferware gedacht aber da wir das erstmal nicht benutzen können wir auch daraus kinkalitzen machen dadurch verringern wir ein wenig die ganzen steine die auf der karte rumliegen weil die verbrauchen ja auch ein wenig frame rate ist momentan nicht so ein problem aber es könnte später zu einem werden und da können wir schon mal gegen anarbeiten und natürlich auch noch mindestens ein wenn nicht sogar zwei stockpiles für das granit weil granit ist ja unser haupt werkmittel und dann verbinden wir die workshops die die möbel herstellen also die tische stühle und so weiter damit genauso wie die workshops die die blöcke herstellen zum bauen also ja das ist noch ein so micromanagement ding das ich vorhab auch wenn das nicht wirklich kompliziert ist gucken wir erstmal ob da jetzt noch goblins mit kommen und sie haben schon mal wagen dabei das ist sehr schön die letzten haben sich da irgendwie nicht wirklich getraut obwohl schiff die gute zugang zur basis keine ahnung was sie letztes mal hatten wie viel wagen sind es denn 1 2 3 4 5 kommt noch mehr fünf und klein kram war es ist eine ganze menge ich hoffe mal auf jede menge holz und auch recht extravagante stein edelstein und metall sorgen dann von zimmer besser einrichten können so was finde ich doof also ja es macht natürlich sinn dass das gestein recht durch wachsen ist mit verschiedenen arten von sediment aber das sieht einfach doof aus kann man später ändern ich gucke mal ganz kurz runter zu unserem danger room ich habe so einen bösen verdacht nicht gut ich neige ja dazu ab und an mal die leute drin zu vergessen das könnte mit der zeit dann doch recht schmerzhaft werden aber es kann immer so eine schlechte idee also nicht das vergessen sondern leute reinschicken es schiff da rein bewegen also erst mal wieder davor bewegen inspizieren lassen gucken ob die rüstung richtig sitzt und dann erst einschicken damit die jungs immer regelmäßig wieder training haben damit alle auf dem gleichen stand sind weil ich gehe davon aus dass wir ein paar richtig gute militionäre momentan haben aber auch ein paar die nicht so gut sind und ich würde es gerne haben dass die gleichmäßig gut sind nicht dass dann wieder irgendjemand aus versehen stirbt das ist nicht so schön gerade wenn wir jetzt immer wirklich für jeden persönlich einrichten sollte keiner sterben weil das halt viel zu viel aufwand bedeutet da ist immer noch ein toter was auch immer was bist du ein grodork leier das ist ein goblin denke ich mal die sachen werden alle mal geklämt auch die leiche sonst stinken die davor sich hin und das brauchen wir echt nicht so karawanen erste sind angekommen gerogon lauert auch schon was können wir noch mal so kleinigkeitstechnisch zwischendurch machen wir könnten gucken ob die pilze gewachsen sind ein paar dafür sehe ich allerdings jede menge pflanzen die wir aber ernten könnten also d p auf die unterste etage unten in die ecke und die wachsen bei uns auch in den wohnungen das sollten wir vielleicht auch mal machen also fangen wir einfach hier unten an mit dem absammeln so von hier nach da nach da und dennoch vier etagen hoch da haben jetzt ein paar jungs eine ganze weile zu tun und wir kriegen jede menge früchte rein und daraus was zu brauchen hoffentlich auch die früchte die wir brauchen um irgendjemanden eine freude zu machen hier werden bestimmt ganz viele aufträge abgebrochen werden weil irgendjemand darüber latscht komischerweise bisher noch nicht uns dann später an und was haben wir für tausende von fehlermeldungen also militär alarm den zeit befehl aufheben dann müssen wir nur kurz mal runter gucken dass da nicht wieder irgendjemand hier hin läuft genau weil da wartet schon wieder ein troglodyt das heißt wir haben natürlich hier zu und hoffen dass kein zweck draußen war also dass ein snatcher wo bist du aber du bist da unten in der käfig falle hast du schon mal sehr gut weiter laufen lassen die karawanen müssen noch irgendwann ankommen aber ich finde es komisch dass die snatcher in die falle gegangen sind ich dachte eigentlich dass die ähnlich wie die koplin die wir das attribut haben dass sie nicht in fallen laufen können habe ich mich wohl gehört jetzt sagen sie schon wieder die kopplanz oben ganz kurz ja wir müssen auf jeden fall bald wieder den todesturm öffnen und daran denken die vorher ausplündern also ja der todesturm wäre und da ist ein zwerg mittendrin wie kannst du dich nicht vorher gesehen haben gucken wir wer stirbt ich will gucken welcher meodai meodai du wirst gleich sterben sehr schnell und schmerzhaft und tammy ist recht nah dran das wäre gar nicht schön also einmal weil sie eine von unseren ersten sieben zwergen war und weil sie unsere besten waffen schmieden ist hier haben wir noch grumpel pickel und sollen victus also die vier jungs und mädels könnten drauf gehen hier hinten auf jeden fall das wäre echt komisch wenn ich okay was machen wir jetzt wir machen es mit alarm an so wir schicken unsere jungs die eigentlich unten schon angetreten sein dürften nichts kräume hin natürlich so weit die eigentlich hätten angetreten sein müssen aber noch nicht wirklich vollständig da sind hast du übrigens eine rüstung an ein silber warhammer platten schuhe platten schild platten beine platten helmen platten brustplatte platten handschuhe so weit so gut keine kein trinkbehältnis ein backpack fürs essen aber nichts fürs trinken ist komisch der rest scheint auch gut ausgerüstet zu sein aber also das hier könnte irgendwas sein ich war mal größer das sind die hosen die haben alle nichts für das trinken da müssen wir welche herstellen so müssen wir klein machen wieder nach oben gehen auf auf s shift a und du gehst bitte mal mit einem trupp hierhin das heißt mit etwas glück laufen die denn auf unseren trupp zu und in die fallen rein wir könnten jetzt noch die brücke hier einziehen aber ich denke mal dass wir zeitlich nicht mehr hinhauen ich glaube der erste schalter war für die brücke und der zweite schalter war für die brücke die erste können wir auch mal einziehen vielleicht beschädigen wir dadurch auch ein kopplen so erster zweck ist tot die sind über die brücke rüber und fast alle die fallen rein so viel dazu alle fallen drin ein zwerg ist verloren gegangen oder gefallen wie man so schön sagt finde ich übrigens ein recht übles wort gefallen hört sich immer so an als er wieder aufstehen könnte also ein zwerg verloren dafür die ganzen goblins erledigt ist einigermaßen guter tausch das heißt wir können unseren trupp auch gleich wieder abziehen und ich lasse ihn auch gleich pause machen sonst meckert er wieder wenn wir jetzt im trainingsraum unterschicken dass er zu lange unterwegs sein musste das geht ja doch recht schnell bei denen so dann heben wir auch gleich stopp ich wollte gerade sagen geben wir gleich den baubefehl auf aber es könnte ja noch irgendwo anders ein truppkoppelnd sein wir brauchen unbedingt da muss ich daran denken hier und da wieder irgendwelche haustiere angeleint irgendeine wachente oder ein wachjack oder was auch immer damit wir genau sowas jetzt nicht haben die werden zwar immer wieder ersetzt werden müssen aber das ist besser als wenn ein zwerg die aufgabe übernimmt können wir schon handel treiben können wir nicht wollen wir jetzt ein baubefehl aufheben oder nicht nie kommen wir aktivieren es schifft doch wieder unseren trupp schicken einmal vor die haustür ob da irgendwas rum kreucht und wenn nicht schicken wieder rein eben den befehl auf dass sie aktiv sein müssen jetzt die brücke weg dich bitte wieder drücken also ja wir schicken sie kurz raus gucken ob koppelnds da sind wenn nicht dann können wir den baubefehl aufheben und dann die ganzen käfige und die leiche hier möglichst schnell einsammeln dann bin ich schon wieder ein geist bekommen warum machst du mal wieder pause ach so snatcher äh ja die torkeln auch eh in irgendwelche fallen wieder rein wie viele fallen haben wir denn ausgelöst 2,5,8 11 Stück und warum ist denn eine kiste oh ich muss auch dran denken dass ich die käfige später mal wieder checke nicht dass da irgendein zwerg wieder drin hockt und wochenlang nicht raus gelassen wird bis er irgendwann verhungert und so im geist wird das äh muss ja nicht sein so also anscheinend waren die brücken wirklich so verbunden wie ich das geplant hatte das ist schon mal sehr gut Miliztrupp ist gleich draußen dann heben wir jetzt mal den baubefehl auf dann können die jungs nämlich drinnen die ganzen sachen aufräumen während der trupp schon mal draußen steht dann verschwenden wir nicht ganz so viel zeit das heißt im idealfall wenn die jungs also die miliztruppen gleich wieder reinlaufen ist drinnen schon nichts mehr zu tun das heißt es müsste kein zivilist hier rumwuseln so zweite brücke ziehen wir mal schnell hoch so medai ist tot gefunden worden oh moment mal warst du medai? sieht man jetzt nicht mehr hm ja müsste medai gewesen sein ich hätte kurz gedacht dass wir jetzt doch zwei verloren hätten aber scheint wohl nicht so zu sein und warum läuft da ein kind mitten bei den leichen rum und über die pfeilen und in den miliztrupp das ist ein sehr aufgedrehtes kind wie heißt du? hast noch keinen namen okay der miliztrupp läuft schon freiwillig wieder rein wir werden wahrscheinlich irgendwelche rationen holen müssen oder trinkwasser weil sie keine beutel haben das kann ich auch noch mal ganz kurz machen jm wir hätten gerne leather water skin 30 stück schon mal auf vorrat für die anderen miliztrupps so ich hoffe mal das größte gröbste wurde jetzt schon abtransport wo läufst du hin? stopp 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 noch einer was machst du hier draußen? das ist auch noch unser koch der sollte eigentlich gar nichts draußen machen ha ev also oh da ist der fehler ich hatte noch den befehl gegeben dass sie die ganzen büsche einsammeln sollen den haben sie jetzt hier draußen auch noch mitgenommen das machen wir gleich mal weg so hier Gott sei Dank nicht mehr hier sehe ich auch nichts mehr okay puh das hätte echt ins Auge gehen können wenn die alle jetzt da draußen rumwuseln um die Kräuter abzuernten und dann noch ein Trupp auftaucht oh und ich sehe gerade zwei von unseren Zwergen sind in den Pfeilen drin das ist gar nicht gut äh feins ganz nach oben und die Käfige stellen wir gleich mal auf B J irgendwo hier in die Ecke und suchen jetzt die Käfige mit den Zwergen drin Troglodyd Goblin Troglodyd Goblin Hyäne Troll ah die tauchen alle noch nicht auf weil sie noch nicht hier hoch geschickt wurden ähm okay Geh hier um unsere Zukunft denk bitte bitte nächste Folge dran die Zwerge aus dem Stockpark hier raus zu holen also gut wir machen einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder bis denne nachdem so von auf eine die nämlich Vielen Dank.